Wir haben jetzt die Ehre, Johanna Liebmann und Carolin Gebert auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Sie sind von der Pilzliebe bzw. Fungi for Future, sind aber auch ehrenamtlich bei Cradle to Cradle aktiv, also sind in Lüni ansässig, machen hier ganz viel nachhaltige Arbeit und was es mit Pilzen zu tun hat, werden Sie uns erzählen. Macht bitte einen großen Applaus für das zweite Team heute Abend für Pilzliebe, meine Damen und Herren. Hallo, ja moin, hi, hallo, herzlich willkommen. Danke an das Janun, dass wir hier sein können. Das ist Johanna, ich bin Caro und zusammen sind wir Pilzliebe. Schön, dass ihr alle da seid und dann beginnen wir auch gleich. Unser Slam, der heißt Fungi for Future oder das Potenzial von Pilzen zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung. Genau, wenn wir an Pilze denken, dann denken wir erstmal an den giftigen Fliegenpilz oder an den Champignons aus dem Supermarkt oder auch an den Schimmelpilz aus dem Bad, den wir einfach loswerden wollten. Genau, so ging es Johanna und mir auch bis vor einem Jahr, denn da waren wir bei den ersten Lüneburger Pilztagen eingeladen, wie als Cradle to Cradle Initiative. Es ist gerade ein bisschen schwierig, das alles zu halten. Kannst du klicken? Super, danke, Teamwork. Wir sind ein gutes Team, ihr werdet das noch merken. Genau, und bei diesen Lüneburger Pilztagen waren wir so begeistert und so positiv überrascht von den Anwendungsmöglichkeiten und dem Potenzial von Pilzen, dass wir einmal klicken, bis heute vollkommen begeistert sind. Zitat, Johanna Liebmann, Hauptartikel der Landeszeitung, vergangenen Mittwochs, wir haben es tatsächlich auf die Titelseite geschafft, unfassbar. Genau, man könnte fast meinen, wir sind in ein Loch gefallen. So ungefähr sieht das dann aus. Genau, in ein Pilzloch. Denn wir haben festgestellt, jeder, der sich ein bisschen mehr mit Mykologie und dem ganzen Thema auseinandersetzt, an irgendeinem Punkt retet man sein ganzes Leben danach aus und um uns ist es irgendwie auch geschehen. Genau, und für alle von euch, die vielleicht noch nicht ganz so tief in dem Pilzloch stecken, haben wir hier nochmal ein paar Basics rund um das Thema mitgebracht. Das erste ganz Wichtige ist, Pilze sind keine Pflanzen, sie betreiben keine Photosynthese, sondern sind ihr eigenes Reich und weil sie Zellatmung betreiben, sogar näher an uns Tieren und Menschen dran, als an den Pflanzen, zu denen sie lange gezählt worden sind. Und sie haben auch super viele sehr wichtige Aufgaben in verschiedenen Ökosystemen, zum Beispiel als Destruenten, also sozusagen der Müllabfuhr der Natur, oder auch so als Kommunikation, was Nährstofftransport und Wassertransport zum Beispiel in den Wäldern angeht. Also das nennt sich dann Wood Wide Web und ist ein ziemlich krasser Datenfluss, der auch dort passiert. Genau, und das Dritte, was ich euch noch mitgeben möchte, ein kleiner Fun Fact, das, was ihr mit Pilzen wahrscheinlich als erstes assoziiert, ist das, was wir essen können, der Fruchtkörper, aber das ist gar nicht der eigentliche Pilz, sondern der eigentliche Pilz ist das Mycel, dieses unterirdische Geflecht, genau, was der eigentliche Pilz ist und damit viel interessanter. Und was man mit Pilzen alles so machen kann, würden wir euch jetzt gerne einen kleinen Einblick geben. Ja, der wohl offensichtlichste Anwendungsbereich ist als Lebensmittel. Ohne den Hefepilz würde unser aller Grundnahrungsmittel gar nicht existieren, Bier oder auch Brot. Genau, nee, es gibt super viele Speisepilzearten, aber auch als, ja, Fleischersatz fungieren Fungi sehr gut. Sorry, das musste sein. Genau, man kann aber auch Getränke aus ihnen machen, zum Beispiel Kombucha, das ist ein probiotisches Erfrischungsgetränk, was wir auch selber herstellen. Ja, und vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher Bereich ist auch Pilzleder. Daraus kann man dann so tolle Sachen machen, wie man hier sieht, zum Beispiel Poponés oder auch Handtaschen oder auch so einen schönen Hut, wie ihn hier Paul Stamets aufhat. An dem kommt man nicht vorbei, wenn man sich mit Pilzen auseinandersetzt. Der hat auch ein ganz tolles Buch, Mycelium Running, geschrieben, kann ich sehr empfehlen. Genau, das ist so ein bisschen unsere Bibel hier im Pilzreich. Genau, und dieses Pilzleder ist sogar noch viel besser als eigentliches Leder, weil es müssen keine Tiere dafür draufgehen. Man kann das in jede mögliche Form und Dicke und Größe auch wachsen lassen und es dann nicht auf die Kuhform limitiert. Genau, und dabei ist es noch biologisch abbaubar und einfach super cool, wie wir finden. Ja, ein anderer, nicht zu unterschätzender Anwendungsbereich ist die Medizin. Pilze sind in der Gesellschaft eher für ihre Giftigkeit bekannt als für ihre Heilsamkeit. Aber es gibt super viele Wirkstoffe in Pilzen, die jetzt zum Beispiel antitumoral, antiviral, antibakteriell sind. Sie können den Blutzucker senken, den Blutdruck senken. Es gibt auch Pflanzen, Salben und Cremes mit Wirkstoffen, die es in Pflanzen zum Beispiel nicht gibt, die zur Hautregeneration beitragen können. 1928 hat Alexander Fleming, wie ihr bestimmt alle wisst, mit der Entdeckung des Penicillins, ja die moderne Schulmedizin revolutioniert mit dem ersten Antibiotikum. Aber die Mykotherapie, also die Behandlung mit Pilzwirkstoffen ist schon sehr viel älter. Schon vor 3500 Jahren ist sie in der traditionellen chinesischen Medizin verankert gewesen. Und noch ein kleiner Funfact, ihr kennt bestimmt alle Ötzi, die Leiche aus dem Eis. Der trug tatsächlich einen Birkenpolling bei sich, wahrscheinlich auch zu therapeutischen Zwecken. Hat ihm am Ende dann ja auch nicht mehr so viel gebracht, aber fand ich irgendwie witzig. Genau, es gibt viele Ärzte, Ärztinnen und Mediziner, MedizinerInnen, die davon überzeugt sind, dass eine Mykotherapie im Rahmen einer modernen integrativen Krebsbehandlung sinnvoll sein kann. Genau, und ein Bereich, den wir auch super spannend finden, ist, dass man aus Myzel noch super, super viele andere Sachen machen kann. Und da kann man, denke ich, auch noch viel kreativer werden, als es bisher getan wird. Es gibt zum Beispiel, was ich hier auch mitgebracht habe, Styroporersatz aus Myzel. Das ist genauso leicht, hat super Eigenschaften, ist biologisch abbaubar, nicht aus Erdöl. Und damit auch wieder viel besser eigentlich als das, was es ersetzen soll. Genau, das sieht so aus, daraus kann man auch Dämmmaterial machen. Man kann daraus auch so ein bisschen kreativ werden und Lampenschirme oder Hocker gibt es. Das ist nämlich auch ganz schön stabil, das Zeug. Genau, und das ist halt super cool. Das wächst innerhalb von so eineinhalb Wochen, ist biologisch abbaubar und kann dann halt, wird zum Beispiel wie Styropor nicht zu Mikroplastiken mehr, sondern kann Fischfutter sein oder auch auf dem Kompost die Erde aufwerten. Genau. Ja, so viel zu dem theoretischen Hintergrund. Aber was machen wir eigentlich, was ist unser Projekt? Wir machen Upcycling mit gutem Geschmack und genau, das ist Pilzliebe. Wir sind ein gutes Team, ihr seht das. Nein, was machen wir? Wir möchten Urban Mush Farming machen. Das ist ein relativ simples Konzept, was ich jetzt erklären möchte. Wir kooperieren mit mehreren Lüneburger Cafés und hoffentlich auch mit der Mensawalt und bekommen deren Kaffeesatz. Das ist ja eigentlich nur ein Abfallprodukt. So weit sind wir noch nicht, aber ist okay. Genau, das ist ja eigentlich nur ein Abfallprodukt. Das kommt im besten Fall vielleicht noch als Dünger irgendwie in den Garten, aber eigentlich kommt es nur in den Restmüll. Aber wir betrachten diesen Abfall als Nährstoff, weil wir darauf etwas Neues erschaffen wollen. Wir wollen nämlich darauf Edelpilze züchten, zum Beispiel Rosenseitlinge oder Limonseitlinge, die ihr auch schon auf unserer Startfolie gesehen habt. Und genau, um das zu visualisieren, kommt jetzt die schöne Abbildung. Genau, wir starten unten. Da sind wir natürlich noch nicht beteiligt, wo die Kaffeepflanze wächst. Natürlich der Fairtrade-Kaffee, versteht sich. Die Bohnen kommen dann nach Lüneburg und hier wird dann der Kaffee, der Cappuccino oder euer Pumpkin-Spice-Latte mit Sojamilch getrunken, in welcher Form Koffein auch immer konsumiert wird. Das ist übrigens mein Lieblingsmolekül. Am Ende bleibt immer Kaffeesatz übrig. Den holen wir dann ab mit unserem Lastenrad hoffentlich bald. Und genau, im Museum der Zukunft, das ist ein Treffpunkt zur Nachhaltigkeitsbildung von Professor Braungart und seinem Team, dort haben wir Räumlichkeiten, um unsere Edelpilze zu züchten. Genau, diese wollen wir dann auf Wochenmärkten verkaufen. Und das Ganze hat einfach den Vorteil, dass keine Ackerflächen verbraucht werden. Es ist ein neuer Aspekt in der urbanen Landwirtschaft und es sind super geringe Transportwege. Aber das ist nicht alles, was wir machen wollen. Wir wollen auch Bildungsarbeit verrichten, um eben dieses Potenzial zu vermitteln. Wir sind frustriert von all den Problemen und wollen auch mal einfach was machen, Lösungen darbieten und genau auf kreative Art und Weise einen Beitrag zu einer regionalen, klimapositiven Landwirtschaft schaffen. Genau, und wie es jetzt ja auch schon öfter angeklungen ist, ist dieses Projekt auch von Cradle to Cradle inspiriert. Und bei Cradle to Cradle geht es nicht nur darum, weniger schlecht zu sein zu versuchen, also letztendlich die falschen Dinge richtiger zu tun, also zum Beispiel bei dem Styropor-Beispiel ein bisschen weniger Styropor zu produzieren, sondern dass man sich überlegt, was macht eigentlich wirklich Sinn, was sind die richtigen Dinge, die wir tun können. Und damit können wir es auch schaffen, einen positiven Fußabdruck zu hinterlassen, wenn wir zum Beispiel aus unseren Produkten wie beim Styropor dann halt Fischfutter oder guter Kompost am Ende draus wird und nicht einfach riesige Müll halten. Genau, und diese Hoffnung, diese Lösungsansätze wollen wir einfach verbreiten und gemeinsam dafür kämpfen, dass wir eine lebenswerte Zukunft haben. Genau, und das soll unser Projekt auch mit anstoßen. Wenn ihr euch jetzt denkt, hey, ganz cool, darauf habe ich mehr Bock, dann könnt ihr gerne zu unseren nächsten Veranstaltungen vorbeischauen. Zum Beispiel am Samstag hier im Zentralgebäude sind wir Programmpunkt von der Konferenz zur urbanen Landwirtschaft. Dort machen wir einen Grow-it-yourself-Workshop, wo wir euch zeigen, wie man ganz einfach Rosenseitlinge und andere Pilze selber züchten kann zu Hause. Am 18.02. haben wir im Blenk ein Kombucha-Workshop, das ist eben besagtes Getränk. Weitere Infos findet ihr von über uns auf unserer Website, pilzliebe.com oder auch auf Instagram, da sind wir sehr aktiv. Aber wir haben auch Facebook. Jetzt noch ein... Hä? Ja. Achso, ja, Liebesbriefe empfangen wir natürlich auch sehr gerne. Much love to you. Genau, ein letzter Punkt, die letzte Folie. Genau, um unser Projekt endlich in einem größeren Stil umsetzen zu können. Also wir haben schon Pilzzuchtansätze, aber die stehen in unseren Studenten-WGs und unsere Mitbewohner und Mitbewohnerinnen sind mittlerweile genervt. Wir wollen endlich richtig arbeiten. Hallo, grüße an meine Mitbewohnerin, schön, dass du da bist. Sie kann das bestätigen. Genau, wir haben momentan Crowdfunding, um unseren Staat zu finanzieren, um endlich unser Start-up durchziehen zu können. Wenn ihr denkt, hey, Lüneburgs urbane Landwirtschaft soll ein bisschen vielfältiger sein, dann könnt ihr uns da gerne unterstützen. Und am Ende bleibt nur zu sagen, mal schlaf, auf diesem Wortspiel basiert auch unser Name. Wir danken dem Janun, dass wir hier auftreten konnten. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen was gelernt. Dankeschön. Vielen Dank.